Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 28 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 550 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf.